PraxisFamily checkt! Heute mal mit einem ganz speziellen Produkt. Hier ist Matthias von die PraxisFamily. Ja, heute hätte ich nie gedacht, dass ich mal darüber spreche oder das mal irgendwie für gut befinde. Und zwar die klassische Magnetfeldmatte. Jetzt ist es aber nicht die klassische, sondern tatsächlich was Besonderes. Komme ich gleich noch drauf. Ja, Magnetfelder, Magnetfeldmatten sind schon seit Jahrzehnten im Gespräch, dass sie helfen dem Körper in seiner Regeneration, bei der Heilung, bei bestimmten Symptomkomplexen. Alles, was mit Durchblutung zu tun hat, mit Schmerzen zu tun hat, da sagt man, dass Magnetfelder helfen können. Wir haben tatsächlich in unserem Praxisbetrieb auch so eine richtige professionelle Magnetfeldmatte mal gehabt, mit allem drum und dran. Aber die kam so gut wie nie zum Einsatz. Obwohl ich damals die ganzen Studienergebnisse gelesen habe und wirklich das toll und hervorragend war, vielversprechend war. Hauptproblem ist tatsächlich für uns damals gewesen, dass diese Matten vor allen Dingen wirken, wenn man sie längere Zeit anwendet. Also nicht, wenn man in eine Praxis kommt und sich für eine halbe Stunde drauflegt und wieder geht, dann sind die Wirkungen mäßig und langwierig und irgendwie hatten wir nie die Erfolge, die wir damit haben wollten. Dann lag das Thema lange Jahre brach, bis ich irgendwann mal durch Umwege auf die sogenannten kleinsten Felder gekommen bin. Die kleinsten Felder, das ist ein besonderer Begriff. Der Entwickler Bernhard Klein hat da seine Namensgebung gemacht. Es sind bestimmte Anordnungen von Magneten. Das sind Permamagnete, die in einer besonderen Weise positioniert sind, sodass sie es ermöglichen, dass der Körper in seinen Flüssen, die er hat, also das Blut, die Lymphe, die Nervenflüssigkeiten, Gehenflüssigkeiten, dass diese Flüssigkeiten beim Vorbeifließen quasi aktiviert werden und am Magnetfeld vorbeifließen, dadurch so eine Art feinen Strom entwickeln, der hilft. Und jetzt ist das Spannende und das Besondere, es braucht keinen Strom. Warum? Diese Auflage, die haben verschiedene Varianten für den Sitz, für den Schreibtisch, aber eben auch fürs Bett. Diese Auflage braucht keinen Strom. Und das war das Haupthindernis bei den Daueranwendungen der Magnetfeldmatten, die es bisher so gab, dass man die nämlich immer am Strom anschließen musste und das war natürlich von der Schlafqualität her ein zweischneidiges Schwert. Das ist jetzt wirklich ein Game Changer. Ich habe das nicht glauben wollen. Wir haben dann so eine Matte probiert, tatsächlich, weil mich das nicht losgelassen hat und ich selber empfinde es als absolut angenehm, auf dieser Matte zu schlafen. Ich habe jetzt keine chronischen Symptome. Ich merke aber eine bessere Erholung, eine bessere Regeneration und vor allen Dingen mehr Energie. Ich merke das tatsächlich daran, wie ich tagsüber Energie zur Verfügung habe und das schiebe ich vom Zeitpunkt her eindeutig auf die Nutzung dieser Matte. Jetzt ist aber für mich das viel Relevantere, was sagen Menschen, die tatsächlich Symptome haben und wir testen ja. Wir haben unsere Testmethode, die wir auch lehren, die Praxis-Family-Testmethode und mit der Methode kann man das autonome Nervensystem testen und hier haben wir bei verschiedenen Symptomkomplexen tatsächlich die Kleinische Felder Schlafauflage getestet als wirksame Unterstützung für die Heilung und das hat richtig gut funktioniert. Und das ist der Grund gewesen für mich zu sagen, okay, da muss ich drüber sprechen. Das ist richtig klasse. Ich kann das jedem nur empfehlen. Warum ist das so? Die Kleinische Felder Schlafauflage bzw. diese Magnetfelder in ihrer besonderen Anordnung sorgen dafür, dass diese ganzen Flüsse besser funktionieren. Blut fließt besser, Lymphflüssigkeit fließt besser und die ganzen Nervflüssigkeiten fliegen besser. Das sorgt dafür, dass das Gewebe besser entschlackt wird und besser durchblutet wird. Es kommt also folglich mehr Sauerstoff an die Stellen, wo vielleicht vorher weniger hingekommen ist und der Sauerstoffmangel in Verbindung mit der Übersäuerung des Gewebes und der Verschlackung der Lymphe ist eines der Hauptursachen für chronische Entwicklungen von Erkrankungen, gerade alles, was zu tun hat mit neurologischen Erkrankungen, aber auch mit den ganzen Gewebserkrankungen, Schmerzerkrankungen etc. Also allein da wirkt es schon mal. Und das Besondere ist jetzt aber zusätzlich, auch nachgewiesen tatsächlich mittlerweile in vielen Untersuchungen, dass die mitochondriale Aktivität verbessert wird. Die Mitochondrien arbeiten besser unter Anwendung dieser Kleinischen Felder und das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist, denn die Masse unserer heutigen Zivilisationskrankheiten haben immer irgendwie auch die Mitochondrien mit im Boot, die nicht gut funktionieren. Ganz besonders natürlich alles, was zu tun hat mit dem Gehirn, also Alzheimer, Parkinson, sonstige Demenzerkrankungen oder Gehirnschwächen, aber auch alles, was zu tun hat mit anderen zellverändernden Erkrankungen, mit dem Immunsystem, mit Themen, die in irgendeiner Weise zu tun haben mit Zell, Zellregeneration, mit Organen, also im Grunde betrifft es fast alle Themengebiete. Das wird damit verbessert. Und wir testen es sehr, sehr, sehr gut als Unterstützungsmaßnahme zu anderen Maßnahmen unter Umständen. Ich kann es jedem nur empfehlen, der eine chronische Erkrankung hat, dies zu besorgen. Ihr macht auf jeden Fall nichts verkehrt durch diese Art und Weise, wie es funktioniert. Und die sanfte Anordnung dieser Magnetfelder ist es geeignet, auch für Menschen mit Herzschrittmachern oder mit Implantaten. Also es funktioniert sehr gut. Ich kann es nur empfehlen, im Zweifelsfall sollte man es testen, auf jeden Fall für uns. Oder von uns gibt es einen dicken Daumen nach oben. Ja, Praxis Family Check, kleine Felder, Schlafauflage ist richtig, richtig gut. Ich kann es nur empfehlen, wie es funktioniert.